Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Man kann da so leicht cheaten. Safe, du hast es gesehen. Nein, ich habe es nicht gesehen. Bist du? Ich habe gerade heute das Spiel vergessen. Imagine, wir haben die gleiche Person. Ach so, dann nochmal Cut. Hey, wir sind Koharu Itagaki und Josi Neumann. Und heute spielen wir Wer bin ich? Komm her. Bin ich weiblich? Ja. Spiele ich für Deutschland? Ja. Bin ich über 20? Ja. Was kann man noch fragen? Hab ich dieses Jahr die Weltmeisterschaft mitgespielt? Ja. Was kann ich noch fragen? Spiel ich Angriff? Nein. Ach so, ich weiß es jetzt schon. Digga, lass das nicht mehr. Bin ich ein Mann? Nein. Bin ich ein Gegner. Ich hab gewonnen. Das war okay, das war zu einfach. Das war zu einfach. Das war zu einfach. Das war zu einfach. Hast du? Ja. Ja. Ich hoffe das ist okay. Reicht doch. Ich hoffe das ist okay. Reicht doch. Ja. Hat dich schon gefragt ob ich Weiblich bin? Ja. Ach so. Spielst du für Japan? Spiel ich für China? Nein. Spiel ich für China? Nein. Spiel ich für Japan? Ja. Ja. Hab ich schon mal die Weltmeisterschaft mitgebracht? Ja. Ich glaube schon. Ja. Kann ich die Person einfach schon sagen. Wenn ich denke, dass... Ist das Haribota Demokratie? Ja. Scheiße. Ich helfe was von Ying Sha. Ja. Bin ich weiblich? Ja. Bin ich weiblich? Nein. Spiel ich für Deutschland? Nein. Spiel ich für Europa? Für ein Landspieler. Spiel ich für Europa? Ja. Ja. Also spiel ich für ein Land in Asien? Spiel ich für Frankreich? Mhm. Spiel ich für Ägypten? Ist der noch um 19? Bin ich um 19? Nein. Ahhhh. Genau, das ist schon ein bisschen schwer. Ach so. Spiel ich für Europa? Nein. Wie viele Kontinente kennst du? Kommt ihr aus Afrika? Bin ich Simongosi? Ja. Ja. Safe. Du hast es gesehen. Nein, ich... Nein, ich... Ich habe es nicht gesehen. Zu 1 Million Prozent. Nein, nein. Sehr gut geraten. Das war's mit Wer bin ich. Bis zum nächsten Mal. Hey, wir sind... Kouarui Tagaki. Ich hoffe, dass du das jetzt nicht reinschneidest. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin ein Mensch. Ist schwer? Bei dir? Eigentlich nicht. Ist schon ein bisschen schwer. Ich hatte schon gefragt, ob ich weiblich bin. Ja. Ach so. Ja. 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 Ja.